In dieser mysteriösen Geschichte verschwand eine junge Frau mysteriös, nachdem sie zu einem nächtlichen Spaziergang in ihrer kleinen Heimatstadt aufgebrochen war. Fünf Jahre später wurde ihr Rucksack mit einem Tagebuch am See in der Nähe der Stadt gefunden, was Verdächtigungen gegenüber einigen Personen, darunter ein Polizist und ein Geschäftsmann, aufkommen ließ. Nach Untersuchungen gab der Polizist zu, die Frau versehentlich getötet und ihre Leiche in sie versteckt zu haben, aber eine Woche später geschah etwas Überraschendes. Wenn Sie das Ende dieser Geschichte erfahren möchten, besuchen Sie unseren Kanal und sehen Sie sich diese und andere Geschichten mit unerwarteten Enden an.